Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Und diese Zwangsaussiedlungen, diese Darks... Hey, die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke. 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 Haha. Vielen Dank. 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 ... 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 Willkommen zum nächsten Scheißtag. Mein Rücken ist total im Eimer. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Das ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Aufgrund von Personalmangel wird die Klinik deshalb nicht zu den normalen Arbeitszeiten zurückkehren. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich habe gehört, dass die meisten Gangs vernichtet worden sind. Solche Geschäfte gefallen mir. Gehen Sie an die Arbeit. Werft vorige. Ich gab nicht das Geld zum naszych. Aktives Echosignal geordert. Ist nur eine Erkältung. Schlecht geschlafen. Mehr nicht. Tut mir leid, Sir. Aber Sie müssen mit mir kommen. Was? Hey, lassen Sie mich gehen! Lassen Sie ihn! Mark! Mark, es geht ihm gut! Hören Sie auf! Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Oh, ja! Hallo, hier spricht Naomi. Hi Naomi, hier ist wieder Ali auf 89.8 und ich habe gute Nachrichten für dich. Was denn? Prinzessin, du wirst dir den Nussknacker im Lincoln Center ansehen. Omi, Omi, wir haben gewonnen. Und wen wirst du mitnehmen? Meine Oma. Na dann bestell deine Oma von mir, dass ich euch viel Spaß wünsche. Okay? Okay. Dann gib mir mal deine Oma, damit wir euch die Karten schicken können. Okay, Omi. Sehe an, was die Katze angeschleppt hat. Wollen Sie sich mit mir anlegen? Sie betreten einen sicheren Bereich. Ich.